Herzlich willkommen zu Pflege Relevant. Unser heutiges Thema ist die Blutdruckmessung. Wir erklären euch in diesem Video Schritt für Schritt, wie eine gute und korrekte Messung des Blutdrucks erfolgt und was ihr dabei unbedingt beachten solltet. Die hier vorgestellte Blutdruckmessung mit einer Blutdruckmanschette wird auch indirekte Blutdruckmessung genannt. Um strukturiert zu arbeiten, teilen wir die Blutdruckmessung in drei wesentliche Teile. Eine gute Vor- und Nachbereitung ist dabei genauso wichtig wie die Durchführung selbst. Zur Vorbereitung besorgt ihr euch die benötigten Materialien und bereitet den Patienten für die Messung vor. In der Durchführung messt ihr den Blutdruck. Die Nachbereitung besteht aus der Bewertung der Ergebnisse und der Dokumentation. Danach räumt ihr die benötigten Materialien zurück. Beginnen wir mit der Vorbereitung. Falls ihr den Patienten oder die Patientin nicht kennt, holt ihr euch natürlich erst mal Informationen über den Patientenzustand und darüber, ob es Besonderheiten beim Patienten gibt. Es gibt Situationen, in denen an einem Arm kein Blutdruck gemessen werden darf, zum Beispiel nach einer Lymphknotenentfernung, bei einem Schandzugang oder Verletzungen am Arm. Danach besorgt ihr euch die benötigten Materialien. Schaut, dass diese sich in einem sauberen Zustand befinden und sicher funktionieren. Ihr benötigt eine Blutdruckmanschette. Diese gibt es in verschiedenen Größen. Schaut euch die Manschetten auf eurer Station an, sie haben spezielle Markierungen. Für die meisten Patienten wird die Standardgröße vollkommen ausreichen. Es gibt aber auch Blutdruckmanschetten für Kinder oder für adipöse Patienten. Hier werden euch Erfahrungswerte helfen. Ein Stethoskop. Ein Stethoskop braucht ihr nur bei der manuellen Blutdruckmessung. Bei einem vollständig elektrischen Gerät ist dies nicht nötig, da es in der Blutdruckmanschette eingebaut ist. Etwas zum Notieren. Es ist immer gut, etwas zum Notieren der Werte bereitzuhalten, falls euch einmal was dazwischen kommt. Kommen wir zur Vorbereitung des Patienten. Informiert den Patienten über die geplante Blutdruckmessung. Der Patient sollte ruhig und entspannt sein. Wir messen Blutdruck am besten bei sitzenden oder liegenden Patienten. Bittet also stehende Patienten möglichst, sich hinzusetzen. Der zu messende Oberarm sollte ungefähr auf Herzhöhe entspannt abgelegt werden. Bittet den Patienten, den Oberarm für die Blutdruckmessung frei zu machen und achtet dabei darauf, dass keine enge Kleidung den Arm abschnürt. Es gilt zu beachten, dass Genussmittel wie Alkohol, Nikotin oder Koffein 30 Minuten zuvor nicht konsumiert wurden. Ebenso solltet ihr nicht direkt nach körperlicher Anstrengung wie Sport oder Treppensteigen den Blutdruck messen. Bittet den Patienten dann kurz zur Ruhe zu kommen. Haltet ihr euch nicht daran, würdet ihr wahrscheinlich viel zu hohe Blutdruckwerte erhalten. Kommen wir nun zur Durchführung. Drückt zunächst die restliche Luft aus der Blutdruckmanschette und dreht das Ventil am Manometer zu. Legt dem Patienten die Manschette etwa zwei bis drei Zentimeter über die Ellenbeuge. Hier verläuft die Oberarmarterie Arteria Brachialis. Beachtet die Beschriftung der Manschette. Ein weißer Streifen oder der Schriftzug Arterie zeigt euch den Teil an, der zur Ellenbeuge zeigt. Stellt sicher, dass die Manschette eng, aber nicht zu fest sitzt. Ein Finger sollte zwischen Manschette und Haut passen, um einen angemessenen Sitz zu gewährleisten. Legt nun euren Zeige- und Ringfinger auf die Arteria Radialis des zu messenden Arms. Die Arteria Radialis ist eine der wichtigsten Arterien des Unterarms. Ihr solltet sie auf jeden Fall kennen. Hier könnt ihr den Puls gut ertasten. Mit eurer anderen Hand beginnt ihr nun zügig Luft in die Manschette zu pumpen. Die Manschette wird aufgeblasen, um den Blutfluss in der Arteria Brachialis zu stoppen. Die allgemeine Faustregel lautet, die Manschette aufzupumpen, bis ihr den Puls in der Arteria Radialis nicht mehr fühlen könnt. Dies entspricht ungefähr dem systolischen Blutdruckwert. Aus diesem Grund solltet ihr dann die Manschette um 20 bis 30 mm Hg noch über diesen Punkt hinaus aufpumpen. Jetzt setzt das Stethoskop in die Ellenbeuge. Platziert das Stethoskop leicht unterhalb der Manschette, direkt über der Stelle, an der die Arteria Brachialis verläuft. Achtet darauf, dass das Stethoskop korrekt positioniert ist und fixiert ist mit zwei Fingern. Nun lasst langsam die Luft aus der Manschette ab, indem ihr das Ventil vorsichtig aufdreht, während ihr gleichzeitig den Blutdruck im Stethoskop abhört und auf dem Manometer überwacht. Das erste Klopfen, welches ihr über das Stethoskop hört, zeigt euch am Manometer den systolischen Blutdruckwert an. Ab diesem Punkt überschreitet der Druck in der Arteria Brachialis den Druck in der Manschette. Die Geräusche werden auch Korotkopfgeräusche genannt. Der systolische Blutdruckwert ist der Blutdruck, der während der Herzauswuchsphase im Gefäßsystem herrscht. Lasst weiterhin Luft aus der Manschette ab, bis das Klopfen bzw. die Korotkopfgeräusche ganz verschwunden sind. Dies ist der Punkt des diastolischen Blutdruckswertes, der Druck, welcher in der Herzfüllungsphase im Gefäßsystem herrscht. Jetzt seid ihr mit der Durchführung fertig. Lasst die restliche Luft aus der Manschette ab und entfernt sie vorsichtig vom Arm des Patienten. Kommen wir zur Nachbereitung. Dokumentiert die gemessenen systolischen und diastolischen Blutdruckwerte und den Zeitpunkt der Messung. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind systolische Werte zwischen 100 und 139 mmHg und diastolische Werte zwischen 70 und 90 mmHg normal. Solltet ihr besonders hohe oder niedrige Werte gemessen haben, beobachtet den Patienten und schließt Messfehler aus. Oftmals hilft eine erneute Messung nach 10 bis 15 Minuten. Informiert gegebenenfalls einen Arzt oder eine Ärztin. Informiert euch weiterhin über die typischen Krankheitsbilder auf eurer Station, deren Besonderheiten und die tolerierbaren Blutdruckwerte. Das war's. Ihr habt erfolgreich Blutdruck gemessen. Macht eine Wischdesinfektion von Stethoskop und Manschette, lasst es trocknen und bringt alles wieder zurück an seinen Platz, sodass die nächste Kollegin gut arbeiten kann. Wir von Pflege Relevant bedanken uns herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch viel Erfolg beim Lernen und eine schöne Zeit.